So, schönen guten Morgen. Also sowas nenne ich jetzt mal einen wirklich guten Morgen. Also wenn ich hier noch 50 Tage im Jahr solches Wetter hätte, dann würde ich mich wahrscheinlich weder beschweren, noch hätte ich irgendwas gemerkt. Sonne kann ich leider nicht erkennen, das ist noch viel zu hell für meine Augen hier. Aber da muss ich nachher mal auf den Bildschirm gucken. Das ist mal ein Wetterchen. Der Berg. Naja, man kann hochfahren und hat eine gute Aussicht. Der ist nicht richtig frei und die Kappe wird sich wohl entwickeln, fürchte ich. Aber grundsätzlich ist der Himmel mal wieder blau. Das ist nicht zu fassen. Das ist geil. Die Nacht hat ja sehr schön angefangen, hat dann aber stark nachgelassen. Deshalb mal gucken, wie das Video geworden ist. Tschö. Tschö.